Die Bullen können es einfach nicht lassen. Tatsächlich sieht die Situation an den Märkten nach wie vor stark aus. Wir sind zwar zurückgekommen, schön, dass ihr das Ganze mit mir angucken wollt, aber es macht immer noch den Eindruck, als ob die Bullen längst noch nicht aufgegeben haben, sondern im Gegenteil weiterhin die Aufwärtsrichtung im Blick haben. Warum fällt mir das Ganze auf? Dazu gucken wir mal auf den 4-Stunden-Chart hier beim Dow Jones, der Future YM in dem Fall. Und was wir sehen, wir sind auf diese Unterstützungsmarke hier aufgesetzt, ziemlich pünktlich. Also pünktlicher konnte man das ja eigentlich gar nicht hinkriegen. Und seitdem sind wir stark nach oben unterwegs in einer sehr typisch, sehr klassisch, sehr impulsiven Aufwärtsbewegung. Und das lässt eben vermuten, hey, von wegen abwärts, wir sind so stark unterwegs, wir verkaufen doch nicht. Wie bist du denn drauf? Nein, im Gegenteil, die Bewegung ist so stark nach oben unterwegs, dass man den Eindruck hat, da geht noch mehr. Und jetzt gehen wir mal eine Stufe kleiner. Das, was wir hier haben in diesem Umfeld, das war nur noch mal, um euch so ein bisschen an das Bild zu gewöhnen. Wir sind ein bisschen zu früh. Darüber haben wir gesprochen. Letzte Woche habe ich noch gesagt, naja, wenn man zu früh bei den Verwandten auftaucht, dann fährt man noch mal einmal irgendwie um den Block, um dann noch mal später genau dahin zu kommen, wo man eigentlich hin wollte. Das Bild ist noch nicht letztlich vom Tisch, aber das, was wir jetzt hier jüngst sehen, das lässt typischerweise vermuten, dass aktuell eben nicht das bärische Bild regiert, sondern das bullische. Und daraus lässt sich sogar eine Trading-Idee ableiten und die will ich euch jetzt mal vorstellen, wie die beim Dow Jones und beziehungsweise auch bei den anderen Indizes aussehen kann. Also das, was wir hier jetzt haben im 4-Stunden-Chart, das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Für all diejenigen, die jetzt am Nachmittag ein bisschen ein Update brauchen und sagen, wie gehen wir denn damit um? Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass das der Anstieg hier, dass der eben sehr stark impulsiv ausgerichtet ist. Wir haben eine starke Aufwärtsbewegung, wir hatten mal eine Pause, dann wieder eine Aufwärtsbewegung, Pause und eine Aufwärtsbewegung. Hier sogar intern das, Pause, das, Pause, das. So ganz grob mal das Ganze gesehen. Insgesamt gesagt, starke Aufwärtsbewegung. Und viele von euch, die mich so ein bisschen verfolgen, wissen ja, irgendwann gibt es einen Rücksetzer. Und bei Rücksetzern gibt es klassische Größen. Die können mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein. Aber ein ganz guter Orientierungswert ist das, was uns Fibonacci da vorgibt. Und dafür nimmt man einfach den tiefsten Punkt. Das muss man ganz unkompliziert hier unten anlegen, den höchsten Punkt. Und dann kriegt man automatisch die Fibonacci-Zone, beziehungsweise erstmal die einzelnen Fibonacci-Marken, die 38-20er, die 50er, die 61-8er. Und daraus lässt sich eine gewisse Zone ableiten, nämlich in diesem Bereich. Das wäre so ein klassischer. Ich mache immer ein bisschen höher als die 38er und ich mache immer ein bisschen tiefer als die 61-8er. Das ist ein bisschen ungenau, aber das gibt mir so in etwa, da würde ich erwarten, dass der Kurs hingeht. Wenn er das aber tut, dann soll er das doch bitte, bitte auf eine möglichst korrektive Art und Weise machen. Jetzt wissen wir, Korrektur ist häufig mit vielen Kursüberschneidungen, ich sage häufig wackelig, das ist für viele im Begriff, oder aber eben dreiwellig. Und wenn ich mir diese Abwärtsbewegung hier mal angucke, dann würde man sagen, okay, hier war noch mal eine Pause und das. Und wenn ich das mal so ein bisschen zur Seite schiebe, das ist doch mehr oder weniger dreiwellig. Nicht wundern, hier ist natürlich im Nachthandel schnell mal eine Länge drin. Ihr seht, hier hat sich das Ganze ein bisschen hingezogen, aber wenn wir quasi den Nachthandel rausnehmen würden, dann wäre das eine Bewegung, die mehr oder weniger so aussieht. Also quasi hier ist der Nachthandel, hat er angefangen und hier hat dann Europa irgendwann angefangen. Das heißt, da setzen wir das Ganze dann vor. Und diese Bewegung, wenn ich die jetzt mal so in einem zeichne, dann würde man sagen, ja, ja, komm Rüdiger, das ist doch ein dreiwelliger. Ja, ganz genau. Tatsächlich macht das den Eindruck, was wir hier aktuell sehen, dass das eben ein Korrektivmuster da unten ist. Und genau das war es doch, was wir haben wollten. Also jetzt kaufen. Wir sind tief genug gefallen, dass es drehen kann. Jetzt also schon kaufen. Ich bin da kein großer Fan davon. Ich bin eher ein Freund davon, ein bisschen abzuwarten, um zu sehen, ob die anderen den Köder dann auch anknabbern, sozusagen. Natürlich gibt es einige, die sagen, guck mal, da hatten wir doch ein Zwischenhoch hier auf der Höhe und das ist hier dann ein Tief. Da kann der Kurs schon mal drehen. Aber das ist für die, die ganz aggressiv da reinsteigen wollen. Für mich kein guter Einstieg. Für mich ist der richtige Einstieg hier, der Kurs muss erst mal nach oben gehen und dann der Nase nach das Ganze nach oben verfolgen, nämlich den Anstieg, den Rücksetzer und das hier, wenn ich diesen Hinweis habe. Also ich möchte, dass der Markt das Zwischenhoch hier nochmal bricht. Das kann man sogar messen. Wo liegt das? Naja, wo würdet ihr es jetzt einzeichnen? Im Zweifelsfall nehme ich den höchsten Punkt dazwischen. Also letzte Tief, vorletze Tief, der höchste Punkt dazwischen. Und wenn ich das hier mal so ungefähr gucke, bitte schaut das nochmal, weil das ist der Future-Juni-Kontrakt. Ich weiß, viele setzen das nicht ganz so mit dem Future-Kontrakt um. Bitte prüft das. Das ist das Hoch vom 8. Mai, noch nicht so arg lange her, abends 20.30 Uhr in etwa. 33.709 zeigt er mir jetzt hier an. Das ist eventuell nicht millimetergenau gemessen, aber ungefähr dieses Hoch. Das wäre ein möglicher Trigger mit der Chance, dass sich diese starke Bewegung nach dieser Korrektur nochmal fortsetzt. Das gucken wir jetzt nochmal einmal im 4-Stunden-Chart an, um uns dessen nochmal gewahrt zu werden. Das heißt, ich würde erwarten, wenn der Kurs jetzt dreht, vorsichtig, ich habe nicht gesagt, dass der Kurs dreht. Das weiß ich ja leider auch nicht. Aber wenn er jetzt dreht, dann haben wir eigentlich eine ganz gute Idee, dass der Kurs in etwa das, was wir hier vorne haben, nach diesem Rücksetzer, ich habe das hier mal mit der 38er, die nehme ich jetzt wieder weg, damit man das besser sehen kann, sich danach diese Bewegung nochmal fortsetzt. Ich messe also den ersten Teil, wenn es bei diesem Rücksetzer bliebe. Vielleicht sogar, das sieht gar nicht so schlecht aus, wie gesagt, unter der Annahme, dass es jetzt dann auch dieses Zwischenhoch durchbricht, 33.710 in etwa, bitte nochmal selber im eigenen Chart messen, damit ihr den Punkt bei euch identifiziert, dass wir sogar Chancen haben, die 34.380, 90, vielleicht 400 nochmal zu sehen im ersten Rutsch. Vielleicht danach ja noch deutlich mehr, aber im ersten Rutsch. Also ihr seht, es ist das Potenzial dafür nach oben. Ja, was ist jetzt mit dem da unten? Ja, ich finde das nach wie vor gut, aber wenn ich diesen Vierstünder hier sehe, dann traue ich mich doch jetzt nicht, hier auf die Short-Seite zu gehen. Also wenn alle jetzt nach vorne gehen hier, dann sage ich nicht, nee, ich habe da eine Box eingezeichnet, der soll aber nochmal rein. Dann warte ich tapfer ab, bis er entweder das Bild zerstört, indem er nochmal weiter runterkommt oder indem er erst nochmal hier hochkommt und anschließend vielleicht nochmal so einen Ausflug nach unten wagt. Auch das wäre noch denkbar. Für heute, für den Nachmittag, diese Videos gibt es ja normalerweise jeden Nachmittag, da müssen wir das noch nicht wirklich angucken. Das zählt, was wir jetzt erstmal angeguckt haben für den Nahkampfchart. Im Großen wisst ihr, ich bin immer noch eigentlich auf Pause-Modus. Das zeigt hier so ein bisschen die Indikation. Ich bin nicht so ein Riesenindikator-Fan, aber der sagt jetzt nicht unbedingt, stürmt nach vorne. Im größeren Bild, hier auf Tagesebene, also noch ein bisschen Pause und das würde ja durchaus mit dieser blauen Kiste, die wir hier hatten, im Vierstunden-Chart übereinstimmen. Ungefähr 33.400, 32.600, so als grobe Orientierung. So, aber das ist das größere Bild, da bin ich im Moment noch nicht so richtig glücklich mitkaufen. Im kleinen Bild hätten wir aber eine wunderbare Situation. Eigentlich würde ich euch die sogar als ein Trade vorstellen. Viele von euch wissen aber, ich bin aktuell auf Reisen und deshalb mindestens mal in dieser Woche etwas eingeschränkt technisch ausgestattet. Ich kann euch also diesen Trade weder als Trade des Tages jetzt heute präsentieren. Ansonsten schaut dort natürlich gerne nach den Ideen. Den solltet ihr jetzt mal so halbwegs auf eigene Faust mitverfolgen. Fiebert mit dem Ding, das ist keine Empfehlung, muss ich umsetzen, macht mich reich, sondern das ist eine Empfehlung. Schaut es euch an, dann seht ihr, wie ein klassisches Bild aussieht und könnt dann eventuell nachfolgen. Ja, ist der klassische Aus, hat aber nicht funktioniert. Und jetzt kommt der zweite Teil, den ich euch in dem Zusammenhang zeigen muss. Wenn es nicht funktioniert, nehmen wir mal an, der Kurs geht nicht nach oben, dann habe ich relativ wenig im Risiko. Nämlich zum Beispiel, dass er das Tief hier nochmal durchstößt. Viele von euch wissen vielleicht sogar die 78. Also relativ wenig Risiko. Wenn aber das passiert, was ich sage, ist das meine Gewinnseite. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe keine Ahnung, ob der Trade erfolgreich wird, aber ich kann jetzt auch schon sagen, ich brauche weit weg von 50-50, um positiv zu sein. Ja, also insofern, ihr seht, das ist eine Gestaltung des Trails. Natürlich kann man auch nochmal arbeiten. Ja, aber wenn er dann doch nochmal tiefer geht, dann ist gut, wenn der Stop weiter weg ist. Dann setze ich ihn lieber hier unten hin. Ja, kann man ebenfalls machen. Dann sollte man allerdings damit rechnen, dass dann auch das CRV schlechter wird. Auf der anderen Seite wird man weniger häufig ausgestoppt. Und deshalb steigt wieder die Trefferquote. Also ihr seht, die Überlegung nach oben scheint im Moment durchaus eine vernünftige zu sein. Aus meiner Sicht ist es aber gut, das abzuwarten, dass er das Ganze triggert, so sagen wir dazu. Wenn wir das hier nochmal angucken, hier im Fünf-Minuten-Chart. Falls der Kurs nämlich jetzt sagt, nice try, aber wir gehen nochmal nach unten weg, dann ist es ja immer noch eine korrektive Bewegung, weil diese Bewegung überschneidet sich in den Gegenbewegungen. Und dann wäre halt der Entry Trigger später an dieser Stelle zu suchen, an diesem Zwischenhoch, wo auch immer das dann exakt sein wird. Aber das Prinzip, das Verfahren bleibt exakt das Gleiche. Also verhalten positiv oder eigentlich sehr positiv unter der Voraussetzung, dass der Kurs diesen Dreh auch tatsächlich macht. Also die Bestätigung zeigt, dass er nach oben eben durchstarten will. Das ist beim S&P jetzt nicht großartig anders. Ich überlege mir gerade, ob ich euch das hier überhaupt nochmal einzeichnen soll. Nein, das macht ihr mal als Hausaufgabe. Probiert das mal selber am Chart. Ihr seht das hier schon mal so halbwegs nackig, wie das aussieht, ohne diese Einzeichnung, dass wir auch hier so ungefähr diesen Bereich schon erreicht haben. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen tiefer in den nächsten Stunden. Aber anschließend die Zwischenhochs wären die Trigger für die Longseite, solange der Kurs wie gesagt dreht. Nur wenn der Kurs das macht, dann lag ich völlig falsch. Hat aber nichts ausgemacht, weil dann bin ich auch nicht getriggert worden, weil der Kurs ja nicht mehr nach oben durch das Zwischenhoch durch ist. Ansonsten, ihr erahnt es schon hier im 5-Minuten-Shirt, das Bild ist exakt das gleiche. Die Marken solltet ihr eh immer verifizieren. Häufig werde ich angefangen, sagt doch mal die Marke dazu. Na klar, im Trade des Tages oder wenn ich euch die raussuche im Born for Trading, dann gebe ich euch die exakte Marke an, auf dem Kontrakt, den wir dann für uns aussuchen. Aber ich weiß, dass einige da ein bisschen variieren wollen und deshalb ist es mir fast wichtiger, dass ihr das Prinzip versteht, dass ihr es auf eigene Faust nachbilden könnt, als dass ich euch jetzt sage, das ist die Marke und dann versucht ihr es umzusetzen und sagt, bei mir steht der Kurs ganz woanders, weil ihr irgendein anderes Derivat oder einen anderen Kurs oder einen anderen Kontrakt dann eben für euch dann rausgesucht habt. Beim Nasdaq ist das ein bisschen anders, im Großen aber im Großen etwas anders, im Kleinen aber fast das Gleiche. Ihr seht hier im 4-Stunden-Shirt, ich habe extra den nochmal ran. Wir hatten hier vor einiger Zeit, ich habe es jetzt leider hier nicht mehr, da hatten wir doch diesen Trend-Kanal hier nochmal so eingezeichnet. Wullenflagge sagen einige, die Elliot-Freunde sagen Korrektur einfach in irgendeiner Form. Das Ding hier, was danach passiert ist, das ist dieser 5-Weller. Zack, 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 5-Weller hoch. Das ist, wie viel wellig runter? 3-Wellig. Und wenn ihr, ich mache das nochmal groß, dann seht ihr es besser. Das wäre 3-Wellig mit ähnlich guter Symmetrie, vorn und hinten. Und wenn ihr sagt, nee, das hätte ich anders gezeichnet. Ich hätte das so gezeichnet, Rödinger. Was ist der Unterschied? Naja, es ist immer noch korrektiv, weil diese Gegenbewegung, diese hier und diese hier überschneidend sind. Also es beißt dem Maus keinen Faden ab. Das ist nach wie vor korrektiv. Wir hatten uns überlegt, Einstieg, damals glaube ich, ich hatte jetzt ja reisetechnisch einmal aussetzen müssen. Ich glaube, ich hatte den gesagt, der ist mir aber zu hoch als Einstieg. Dieser hier wäre natürlich adäquat eine andere Möglichkeit als ein etwas aggressiverer Einstieg. Jetzt kriegen wir aber hier eine neue Chance für den Einstieg, indem wir das ausgehen vom Tief 4. Mai, 16 Uhr. Zack, Pause, zack, Pause, zack. Das ist die Anstiegsbewegung. Was wir jetzt brauchen nach dieser Anstiegsbewegung, wäre eine Korrektur. Manch eine erahnt, wohin sie gehen sollte. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Kiste malen. Ihr wisst, wie es ist. Es geht immer darum, das Ding in die Kiste zu kriegen. Das wissen die Fußballer ebenso wie die Liebhaber. Insofern erstmal gucken, dass er da runter kommt. Wenn er da unten ist, dann eben prüfen, wird das ein Dreiwelle oder anders korrektiv mit Überschneidung. Dann wären auch hier die Zwischenhochs für die Longseite. Also es kann sein, dass wir hier noch ein bisschen warten müssen. Vielleicht ist das eine Indikation, dass auch der Dow Jones noch ein bisschen warten muss. Aber das wären dann die Möglichkeiten, entsprechend einzusteigen. Und wenn der Kurs sagt, ne, dann warten wir halt nicht mehr, weil kein Trigger und dementsprechend keine Positionierung. Aber gute Voraussetzung, dass das eben passiert. Letzter Blick auf den DAX. Gucken wir auf den DAX Index. Was der so aktuell macht, das ist eigentlich gar nicht so großartig anders. Auch hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, kommt noch mal ein bisschen tiefer. Da haben wir beim Dow auch schon gesagt, tiefer passt schon. Zeit war noch nicht so gut. Aber was soll's, wenn der Kurs nach oben erstmal weggeht, gibt es keinen Grund hier zu shorten. Den gab es da jetzt eh nicht mehr. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, diese Bewegung uns ein bisschen genauer anzugucken. Und das gucken wir jetzt Intraday. Und zwar beim DAX Future an, weil ich weiß, viele nehmen den natürlich als einen Hingucker sozusagen. Und ich muss sagen, diese Anstiegsbewegung ist beim DAX Future natürlich auch wegen des Nachthandels nicht ganz so sauber erkennbar. Das Grundprinzip starke Bewegung, schwache Bewegung ist allerdings hier das Gleiche. Allerdings beim DAX Future häufig eben wegen des Nachthandels ein bisschen verschmutzt, könnte man sagen, jetzt hier durch irgendwelche Wartephasen oder dann noch mal eine kleine Bewegung, die vielleicht aus Asien induziert ist, die mit dem DAX ehrlich gesagt eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber insgesamt starke Aufwärtsbewegung, Korrektur. Und ihr seht, auch hier sind wir in diesen Bereich rein. Jetzt wechseln wir noch mal zurück auf den DAX Index, gehen hier mal auf den kürzerfristigen Chart. Ich habe hier mal den 15-Minuten- Chart da drin. Das ist diese Aufwärtsbewegung, die wir hatten. Also das, Pause, das. Dritte Welle hat häufig einen Gap. Pause und noch mal eine extra fünfte Welle hinten dran als Unterwelle. Die sind auch viel kleiner, die Korrekturen hier, als diese vorderen. Insofern, die Profis würden sagen, eine erweiterte fünfte Welle. Spielt aber alles nicht so die Rolle, sieht nicht korrektiv aus richtig. Zumindest mal auf den ersten Blick hat man nicht den Eindruck, als ob hier der korrektive Gedanke zählt. Der Rücksetzer müsste in diesen Bereich rein und er sollte möglichst dreiwellig sein. Und wer sehr unbedingt handeln will, würde sagen, das ist doch schon ein Dreiweller. Wer ein bisschen mehr Sicherheit noch haben will, der würde sagen, naja, eigentlich müsste das eher so aussehen. Sprich, vielleicht wartet man da noch, bis er dann jetzt eine Pause macht, noch mal das und dann hätte man dieses A, B, C. Aber ein Orientierungspunkt für die Longseite wäre auch hier zum Beispiel das Hoch als eine Überlegung am 9. Mai 9.15 Uhr, also heute Morgen, deutsche Zeit, jetzt 15.000, beim Index 960 etwa paar Punkte drüber, wäre eine mögliche Indikation für vorläufig die Longseite. Also zusammengefasst, ihr seht es, ich bin im Moment noch nicht so richtig auf der Shortseite angekommen. Was das Tun angeht, glaube ich, haben wir eher noch auf der Longseite die besseren Karten aktuell. Haltet im Blick, wenn ihr noch einsteigen wollt, vielleicht seid ihr ja schon längst drin, aber wenn ihr noch mal einsteigen wollt, noch mal erweitern wollt, dass ihr die Trigger vielleicht noch mal mitnehmt. Rechnet damit aber, dass wir sowohl im kleineren als auch im größeren Bild diese Korrekturzonen noch mal erreichen. Die habe ich aber in der letzten Woche so häufig erwähnt. Das will ich jetzt mit euch nicht noch mal einzeln durchgehen. In diesem Sinne bleibt mir euch alles Gute zu wünschen. Viel Erfolg bei der Findung und Umsetzung eurer Tradingideen. Ich drücke euch die Daumen. Ich sage ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag.